Hallo, mein Name ist Christian Eich und ich möchte dich herzlich willkommen heißen auf meiner Bullworker-Playliste. Ich habe meinen Bullworker, das ist ein Original-Bullworker aus den 80er Jahren, nun schon seit ca. 40 Jahren. Er ist jahrelang herumgelegen und ich habe nichts damit gemacht und nun habe ich mich entschieden, einfach es auszuprobieren und zu schauen, was kann ich mit dem Bullworker erreichen für meine Gesundheit und wie kann ich meinen Körper mit Hilfe des Bullworkers verändern. Ich habe dazu eine Playliste aufgebaut, wo ich all die Informationen zusammengetragen habe, mit denen ich mich zwar jahrelang beschäftigt habe, aber nichts damit gemacht habe. Die Playliste ist so aufgebaut, dass vorab ein paar Workouts sind. Die Workouts richten sich nach Wallcharts oder Bedienungsanleitungen, die ich gefunden habe, zum Teil auf Papier, zum Teil im Internet. Und auf der anderen Seite sind hinten alle Übungen sowohl dynamisch als auch isometrisch angeführt, so dass jeder, der möchte, diese Übungen zu einer eigenen Playliste zusammenstellen kann, um sich so seinen Wunsch-Workout damit zu kreieren. Ich hoffe, ihr habt recht viel Spaß damit und wenn ihr noch irgendwelche Anregungen oder Wünsche habt, dann lasst es mich einfach hier unten in den Kommentaren wissen. Dankeschön.